Grüezi miteinander und herzlich Willkommen in der wunderschönen Altstadt von Aarau. Seit sie autofrei ist, geniessen die Leute wieder draussen zu sitzen, miteinander zu sprechen, weil wir dann fein das Mittagessen essen. So, wir können mal vorauskommen. Grüezi miteinander und herzlich Willkommen in der wunderschönen Altstadt von Aarau. Seit sie autofrei ist, lädt sie wieder ein, draussen zu flanieren, das Mittagessen, gute Gespräche führen, die Lebensqualität... Grüezi miteinander und herzlich Willkommen in der wunderschönen Altstadt von Aarau. Seit sie verkehrsbefreit ist... Sorry... Grüezi miteinander und herzlich Willkommen in der wunderschönen Altstadt von Aarau. Seit Altstadt autofrei ist, lädt sie wieder ein, um draussen zu häkeln, in der wunderschönen Altstadt von Aarau. Stopp, 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 stopp! Danke! Ja, nein, ehrlich! Nein, sorry! Nein, jetzt habe ich geholfen. Nein, das hat kein Wert mehr! Schau, Sie fahren ständig durch! 15 Stunden! Nein, nein! Sorry! Gleich gang! Nein, nein, nein! Vielen Dank! Untertitelung des ZDF, 2020